Musik 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 Paul, Gratulation zur Verlängerung bis 2023 in Schwarz-Weiß, wie fühlst du dich? Ja, super Gefühl, freue mich riesig über einen neuen Vertrag und hoffe, dass ich die Erwartungen vom Verein und von den Fans erfüllen kann. Du sprichst die Erwartungen an, was sind deine Erwartungen an dich selbst? Ja, natürlich das erste Ziel ist, dass ich Stammspiele wieder einmal und dass wir mit dem Verein große Ziele erreichen. Meister, Cup und so weiter. Du bist ja im Herzen ein Schwarz-Weißer, du bist schon ewig da, seit 2011 glaube ich. Erzähl einmal ein bisschen von deiner Zeit in der Jugend da bei Stur. Ja, war eine super Zeit, also ich bin seit der Uhr 11 da und es ist eine super Zeit gewesen. Also ich bereue gar nichts, also ich bin das richtige Weg gewesen und ich freue mich auf den weiteren Weg. So das aktuelle Team, ihr seid ja ganz, ganz viele Junge, wie ist das so für dich? Ja, super, wenn so viele Junge sind. Als einziger Junge ins neue Team kommen ist immer nicht so schön, glaube ich, aber so sind eine super Gemeinschaft und uns haben alle super aufgenommen und das Trainerteam ist super und das freut mich extrem. Dann eine schöne Zeit bis 2023 und vielleicht geht es ja dann noch weiter hinaus. Dankeschön.